karte 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 ach da ist der bandit komm gehen wir hin tumor töten können wir ja vielleicht kriegen wir bis dahin 200 mäuse zusammen mal gucken und waffentächtig haben wir ja noch nicht so viele da können wir vielleicht auch noch ein bisschen was wird dazu verdienen und ich bin ja gerade dabei ein bisschen zu schwätzen von daher kann man so gut die zeit überbrücken geiler sonnenuntergang ist auch richtig geil richtig geil was habe ich denn noch für spiele da ich habe dead space da ja ja habe ich auch mal ein bisschen angezockt und ich habe mich manchmal ziemlich erschrocken war auf jeden fall witzig was habe ich denn noch das kost war open world spiel was auch richtig geil ist haben nur zum rum rossen und scheiße machen als story technischen suchen ist eigentlich voll aber generell sei ich ganz witzig mal für zwischendurch und jetzt suchen wir uns so wenn diese männer dann können die erstmal wo sind die denn legt die gesuchten person legt die gesuchte person um auf jeden fall bam bam erstmal alle umlegen fährt geht geht runter von dem pferd eine fresse wo seid ihr bastel bam bam headshot bam der auch noch bam oh yeah so jetzt können wir erstmal alles durchblündern wir haben erstmal krass umgelegt schau zu auf den deck aha cool das ist ja fett wdf was höre ich da vom tier wie geil ist das so ein gürteltier so ein komisches ey bleib stehen bleib stehen ey wdf genau steh auf ich will es töten komm zeitlupe bam ich will das fleisch nehmen alles auf mich habe ich noch gar nicht hier gesehen ha wie geil das ist ja mal richtig geil das könnte auch ordentlich kohle geben gönnt hier vielleicht aber vielleicht bekommen wir jetzt noch die 200 zusammen bitte 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 ach da kommen wir nicht hoch wdf da kommen jetzt auch noch bastale bam wo ich dann letzte hätte das runterkauen wo ich hab nix gemacht und der ist einfach tot finde ich ja hat mir nichts zu munition hundersprache cool da war wir erstmal alle durchsuchen weil wir wollen ja die 200 zusammenkommen genau noch kommt wir haben jetzt 170 nicht so viel ein bisschen mehr geht noch ach da haben wir jetzt auch noch ein bisschen was dazu bekommen 174 krasser scheiß wo sind denn noch da ist noch einer nein boah fügt dich doch hä voll auf mein tier drauf hammergeil da ist so ne coole höhle fällt mir gerade auf bam ach was ach weht ihr ey bam bam die sind dead jawoll so kann man es machen oder ja die sind dead nicht schon wieder ja so bitte ist da ein kaninchen ah ja stimmt bam juhu dann nehmen wir die noch aus komm da sind noch mehr Gürteltiere noch eins auf jeden Fall schlachten oh ja ich glaube die können echt ordentlich Geld geben ich stehe ja eher auf so sammelscheiß da da bin ich hier mal total geil drauf da sind ja noch mehr geil ich stehe echt auf sowas den haben wir schon ausgenommen oder was jo den haben wir schon ausgenommen den auch schon wahrscheinlich 383 kommen die 200 bekommen wir zusammen mit dem noch kommen oder 416 bis 187 boah komm die kriegen wir doch zusammen ah das war das tote kaninchen da unten dann gehen wir zu den typen da hinten komm Gürteltier bam wie geil wie dann wenn du wegfetzt da kommt schon wieder Gegner fällt mir gerade auf finde ich aber irgendwie gut finde ich haben wir nicht dass du nur vorbeikommst hopp bam so ob der ist erstmal dead nein nicht auf meinem Pferd ich will den ausnehmen oh hier blutet der aus oh 187 187 ne 192 da können wir doch noch was zusammen bekommen die beiden noch da hinten wie ich denn da hinkommen würde komm das bekommen wir zusammen auf jeden fall können wir uns fetten eine kleine Wohnung da zu legen zu legen jedenfalls ziemlich chillig so komm her jetzt kann ich schon beim Pferd noch hierher kommen und dann reiten wir erstmal zu diesem kleinen Typ da und der wird mir gerade nicht angezeigt oder was egal den finden wir schon und da kommen wieder zwei Gegner bam headshot und du auch bam ah voll weggefetzt ja so jetzt gucken wir mal what er ist es verdienten und es ist gute scheinen gute zu sein weil ich so wegrenne ok hasta la vista ah da ist es doch so ob jetzt schauen wir mal wo dieser kleine nette Typ ist oder ich vermute mal dass er hier irgendwo war bin mir aber gerade nicht mehr so sicher und die rennen da schön weg genau ich tue euch ja was genau wo ist denn der gewesen ich schau mal gerade kurz auf die Karte ähm ach wenn ich reine wir halt schnell zurück und reiten irgendwann nochmal hierher oder hab's auch kein Bock hier unnötig rumzusuchen da kommen schon wieder solche Bastarde oh meine Fresse hier oh leck halt mal wie sie weggefetzt hat wie geil oh hammerfett das fand ich jetzt gerade leicht witzig so jetzt gehen wir erstmal eine Runde hier chillen kommt vielleicht die Karotte so wenn wir das erledigt haben dann bin ich wtf ja dammit das ging jetzt gerade mit dem ab ist das so runtergeflogen weil er keine Kondition mehr hat das Pferd oder auf jeden Fall crazy shit aber da kommt schon wieder ein Bastard oder was komm doch her komm doch rüber bam 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 so ja ja die fests alle schön runter finde ich ganz nett von denen so und ich könnte eigentlich auch mal wieder ein kleines Let's Test machen so ein paar Demos hab ich aber schon ein paar Sachen geplant wird auf jeden Fall witzig kann ich schon mal verraten warum habe ich jetzt so viel Damage bekommen kann mir das denn mal jemand verraten boah echt solche Wichser auf jeden Fall da kommt noch einiges und wir haben auch einiges noch together geplant ich mit dem Chris wir sind ja jetzt so Partner und haben jetzt einen eigenen Kanal wie man ja mitbekommt weil ihr auf dem gerade seid da weiß ich wieder für eine scheiße Labe so witzig und da kommen wir nicht durch gescheint schön auf die Gleise stehen bum bum was macht der Typ da oben okay chillt dann ne Runde und jetzt gehen wir unsere Cooler abholen vielleicht yo reden wir mit dem ne Runde yo ein bisschen was bekommen geil finde ich immer nicht 211 haben wir jetzt wow cool was machen wir jetzt jetzt können wir eigentlich mal schauen Schatzsuchoutfit wer ist immer aber wir können uns eigentlich mal anschauen wie das aussieht Outfits das ist das Blattmann ne anderes warte mal Schatzsuchoutfit ah jetzt haben wir ja erst Entschuldigung freigeschaltet ähm dann können wir ach da reite ich jetzt nicht nochmal hin schauen wir jetzt machen wir schon wieder Rölbs sonst gibt's auch nicht und gehen wir hin gehen wir jetzt da mal hin schauen was da abgeht und dann gehen wir einfach ja dann gehen wir Richtung Bonny und dann schauen wir mal was die für uns hat gut die 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 doppelt so gut bezahlt auch geil mehr Kohle ja morgen wieder Schule das ist richtig geil morgen wird auch wieder richtig stressig ich sage euch leute schule ist zum kotzen manchmal ich muss gleich mal wieder was trinken mein hals wird so langsam ein bisschen trocken und ich glaube ein bisschen erkältet merkt man vielleicht weil ich meine nase andere und sie ja ja bei mir in der klasse echt fast alle krank letztens waren acht leute krank von 27 ja wir sind ziemlich viele und ja ich finde jemand angesteckt und boah ich hoffe nicht dass meine stimme dann am sack geht den nächsten paar tage ich möchte noch fleißig aufnehmen weil ich richtig bock auf diese games auf uncharted und reded redemption doch 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 kommen jawohl und was müssen wir denn hier nochmal machen müssen wir hier irgendwie den sohn oder so finden ach ja das war der sohn traurig aber war weg fährt das sieht echt krank aus da liegt ein abgebissen ab arm und fuß auch nicht schlecht an gott ich glaube der müssen wir ja traurige botschaften überbringen tut mir echt vielleicht für sie alles klar gehen wir richtung bonnie oder haben wir jetzt noch hier was außer dieses kaufding faktor was man jetzt nicht machen weil ich habe jetzt keinen bock da noch mal hin zu reiten wenn wir irgendwann müssen wir ja eh bestimmt dahin und auch dahin und dahin und überall hin da auch hin da create plans da haben wir anscheinend irgendwo unsere kleine farm vielleicht ist es die da wer weiß wer weiß vielleicht sehen wir uns noch irgendwann das ist ja das wissen wir auch schon mittlerweile jetzt gehen wir gleich erstmal richtig bonnie der bestimmt wieder eine witzige aufgabe für uns welche patrouille stehen oder in sowas mal schauen ich schau gerade noch mal wo wir lang müssen ich bin gerade ein bisschen irritiert doch wir sind richtig das ist doch schon mal angenehm mein pferd macht es leider ein bisschen schlapp kommt eins wieder ganz voll das ist gut nee da müssen wir nicht rein da wollte ich jetzt reingehen aber das ist ja falsch müssen wir dann um halt habe ich einfach der mensch bekommen oh ja da kommen wir leider nirgendwo gleich schade dass der john nicht klettern kann wenn ich auch mal witzig so hier irgendwo hochklettern eigentlich schon ganz witzig und ich freue mich schon wenn wir mal in schneeregionen oder so gehen wird auch bestimmt ganz witzig ein paar viecher jagen und dann einfach im schnee rum so wuseln wäre gibt es glaube ich ja auch hier in red dead redemption kann man auf jeden fall gehen wir mal auf jagd auf jeden fall wir machen mal irgendwann so eine jagd session weil ich will mal spiel durch ja haben oder so einfach mal die jagd session als letztes folge special wie auch immer vielleicht ihr dürft euch auch was wünschen zeigt mir mal einfach was ich machen könnte weil ich eine special folge pokern oder minigames einfach nur ja ja da bin ich ja sehr offen eine offene gesellschaft űnchen bestellen necessität mehr um bekomme ich dadurch god also mehr abknallen hey bam da hat er natürlich nicht getroffen die sau ab den da kann ich doch markieren oder auch wtf kann ich nicht markieren jetzt wahrscheinlich erst nachher oder so weitere informationen findest du indem du das pause menü auf komm die tipps gehen auch schon ist so langsam auf den sack aber war herausforderung journal herausforderung was gibt es in erschafft level zwei schieße fünf kaninchen ab wildes mutterkraut aha schatz zuhörst du kannst du level scheiße das ist ja cool warum ein paar sachen irgendwann erledigen ah da waren noch kräuter warte mal dann nehmen wir gleich mal mit da waren auch schon wieder wenn wir schon hier sind können wir kann man mitnehmen jeder die dann mit ach da hinten ja natürlich die wirst du schön aussehen so wie wildes mutterkraut auf jeden fall vertreten komm her ich will dich strampeln sehen so wie jemand so bonnie mal schauen was sie für uns hat dann denke ich mache ich mal wieder eine aufnahmepause weil morgens schule wo sie noch ein bisschen wenigstens schlafen ist schon wieder der feld nach neun gut nicht so spät aber nicht so eine weile aufnehmen und dann noch ein bisschen rennen sondern wird schon naja einigermaßen spät ich bin ja so jemand da gibt es jedes jeden tag zum zehn halb elf oder elf sogar